Wer hat denn früher für Mama oder Papa mal etwas kreiert oder mal etwas gemacht, in der Hoffnung gesehen zu werden? Guckt euch mal um. Und wie viele von euch kennen den Moment, dass ihr extra irgendwas gemacht habt, das kann vielleicht sauber machen, was gebastelt, eine Extraleistung und dann hat es keiner gemerkt? Hat sich das Scheiße eingefühlt? Sehr gut. Frage, wie viele von euch hatten einen Moment im Leben, in dem dein Vater sich hingekniet hat, dir die Hände auf die Schulter gelegt hat, dir tief in die Augen geschaut hat und gesagt hat, ich sehe dich, du bist wertvoll? Oh, ungefähr drei Personen von tausend. Machen wir es auf der anderen Seite. Wie viele von euch hatten einen Moment, in dem die Mama sich vor euch hingekniet hat, die Hände auf die Schulter gelegt hat, dir ganz tief in die Augen geschaut hat und gesagt hat, ich sehe dich, ich liebe dich von ganzem Herzen, du bist unglaublich wertvoll. Das sind ein paar mehr, vielleicht 20 von tausend. Und genau das ist der Grund, warum der Wert sich im Menschen, den sich so viele wünschen, gar nicht so einfach entwickelt, weil ihr kein Wertentwicklungskonzept an die Hand bekommen habt. Der Wert ist nicht einfach da. Der Wert hat mit deinen Regelwerken in deinem Kopf zu tun. In deinem was? Und Wert kann erst einmal, wenn wir unbewusst durchs Leben gehen, nur in einer Umgebung entstehen, bis der Moment kommt, in dem du so bewusst wirst, dass du verstehst, dass kein Mensch auf diesem Planeten dir deinen Wert geben kann. Weil der Wert schon da ist. Weil der Wert schon in dir drin ist. Ich habe mit Sandy, da waren wir noch sehr frisch zusammen. Mal ein Gespräch geführt in einem Hotel hier in Braunschweig, im Steigenberger Hotel. Da kannten wir uns noch nicht lange. Da waren wir ein ganz frisches Paar. Und da hat sie mal etwas zu mir gesagt, das werde ich niemals vergessen. Weil es für mich etwas so Besonderes war. Wir haben über das Leben gesprochen, über Werte, über Beziehungen, was wir uns fürs Leben wünschen, was wir uns für die Beziehung wünschen. Und dann hat sie Folgendes gesagt, ich will, dass du weißt, dass du zu keiner Zeit für mich irgendjemand sein musst, weil du schon jemand bist. Und dann dachte ich so, auf diese Art und Weise jemanden zu sehen, jemanden in der Beziehung zu sagen, du musst überhaupt nichts für mich veranstalten. Du musst keine Rolle spielen. Ich sehe dich so, wie du bist und so, wie du bist, bist du für mich genau richtig. Überlegt mal, was das für eine Kommunikation ist. Also wenn ich damals schon verliebt war, Gott, war ich in diesem Moment verfallen. Du wisst ja, wie ich das meine, dass es so etwas Reines, so etwas Ehrliches, so etwas Großartiges, weil dich da jemand freispricht von sämtlichen unausgesprochenen Erwartungshaltungen. Dann setzt sich da jemand hin und sagt, du, ich erwarte von dir einfach gar nichts. Du brauchst nur sein, das ist mir vollkommen genug. Ich erwarte gar nichts. Du brauchst nur sein. Das ist genug. Wir sehnen uns. Ganz viele Menschen sehnen sich auch als erwachsene Menschen danach. Als erwachsene, große, starke Männer danach. Als erwachsene, wundervolle Frauen danach. Als erwachsene Väter, als erwachsene Mütter danach. Dass deine Mama oder dein Papa dich doch nochmal sieht. Dass deine Mama oder dein Papa doch irgendwann nochmal sagt, du bist wertvoll, ich glaube an dich, ich bin stolz auf dich. Ich hatte mal eine Fahrt. Dann sind wir nach Blaubeuren zu einem Level Up Your Life gefahren. Da hat mich meine Tante angerufen. Ich war auf der Autobahn, es hat geregnet, es war schon ein bisschen spät abends. Draußen war es dunkel und düster. Und ich fahre so und telefoniere mit meiner Tante. Der Lautsprecher war im Auto an, Sandy war mit dabei. Und ihr müsst wissen, meine Tante, die hat selber zwei Söhne. Die ist über 60. Und meine Oma ist 90. Und die über 60-jährige Frau beklagt sich bitterlich, warum ihre Mutter, also meine Tante, beklagt sich bitterlich darüber, warum meine Oma ihr niemals gesagt hat, dass sie sie liebt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Eine 60-jährige Frau, die selbst zweifache Mutter ist, beklagt sich darüber, dass eine Dame im Alter von 90 Jahren immer noch nicht diese drei Worte ausgesprochen hat. Mit 60 Jahren erwartet sie immer noch von einer 90-jährigen Frau, die zwei Weltkriege mitgemacht hat, die für ihren Mann damals eine wohlhabende Familie verlassen hat, die gepeinigt und ausgestoßen wurde von ihrer eigenen Familie. Von der erwartet sie mit 90 Jahren immer noch, dass es endlich mal irgendwann diesen Freispruch der drei Worte gibt, ich liebe dich. Die sind fünf Schwestern und diese Frau, meine Oma, hat ihren Sohn verloren, weil der nach dem Schulbus ausgestiegen ist, einfach über die Straße und von einem ziemlich schnell fahrenden LKW überrollt wurde. Kann man einer 90-jährigen Dame mit einem sehr speziellen, harten Leben nachsehen, dass die vielleicht diese drei Worte niemals sagen konnte? Und kann man sich, wenn man selber 60 Jahre ist, auch mal anfangen, selber zu lieben? Wisst ihr, das Spannende ist, wenn wir aus einer Meta-Ebene, aus universeller Sicht aufs Leben schauen, dann spielt das überhaupt keine Rolle, ob deine Eltern dir sagen, dass sie dich lieben oder nicht. Das ist totaler Bullshit, das ist weich gewaschener Völlefanz. Es macht eigentlich gar keinen Unterschied. Denn deine Eltern haben nur eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du irgendwie groß wirst und überlebst. Und das haben all eure Eltern hervorragend hingekriegt. Manchmal haben sie auf diesem Weg dahin ein bisschen Mist gemacht, da gab es ein paar Fehltritte, aber ey, die haben euch das Leben geschenkt. Und ihr habt überlebt, wahr oder wahr? Und damit haben sie noch eine ganze Menge richtig gemacht. Die haben euch nicht irgendwo weggeworfen, euch nicht vielleicht irgendwo weggesperrt viele Jahre und ihr seid vollkommen verkrüppelt und verstümmelt oder sonst irgendwas. Ihr habt überlebt, ihr habt was? Und dafür, dass zwei Menschen zueinander gekommen sind und euch das Leben geschenkt haben, solltet ihr auf ewig einen Kniefall machen. Wahr oder wahr? Alles andere ist eine Illusion. Eine was? Alles andere ist Mindfuck. Es ist was? Und diese Erwartungshaltung, wie das Leben zu laufen hat, die Illusion von Hollywood, all das, was wir in uns hineingeladen haben, diese ganze Bullshit- und Pornoliebe, diese Bullshit-Kommunikation, versaut dir mit deinen Erwartungshaltungen das Leben, wahr oder wahr? Und der Erdball dreht sich immer weiter, während du immer noch nach der Liebe und Anerkennung einer Mutter, eines Vaters oder von anderen Menschen suchst. Die Lösung, ihr Lieben, liegt nicht im Außen. Die Lösung liegt in deiner Innenwelt. Ich habe weder von meiner Mutter noch von meinem Vater jemals gehört, dass sie gesagt haben, ich liebe dich. Und soll ich euch was sagen? Das brauche ich gar nicht. Ich brauche das nicht. Das ist vollkommen in Ordnung, weil ich weiß, das haben die auch niemals von ihren Eltern gehört. Meine Oma und mein Opa konnten meinen Eltern auf beiden Seiten das nicht sagen. Aber ich weiß, dass meine Eltern ihr Bestes gegeben haben, um mich zu begleiten. Mein Vater hat mir ein viel größeres Geschenk gemacht als die drei Worte. Er hat immer dann, wenn ich gefragt habe, ob ich mehr Taschengeld bekomme, Nein gesagt. Ihr Lachen. Dafür habe ich ihn damals gehasst. Heute ist das der Grund, warum ich so unfassbar finanziell frei bin. Weil ich hungrig war. Weil er mir nicht alles ins Maul gestopft hat. Weil er einen Plan hatte, den ich natürlich mit 12, 13, 14 nicht verstanden habe und doof hatte. Aber damit hat er mir beigebracht, die Verantwortung zu übernehmen. Er hat immer gesagt, wenn ich gesagt habe, Papa, ich brauche mehr Taschengeld. Ich sage dann, Damian, ich unterstütze dich bei allem, was du vorhast. Aber du musst dir selber überlegen, wie du es kreierst. Und ich habe ganz früh damit angefangen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020